Okay, gut. Mein Name ist Siri Frech. Ich bin Landschaftsarchitektin und mache Stadtentwicklung. Das Wichtigste, was in der Stadt zu schützen gilt, ist bezahlbarer Wohnraum. Die Stadt ist Lebensraum und kein Spekulationsort. Zu kämpfen gilt es eben dafür, dass die Menschen diesen Lebensraum mitgestalten können. Und abschaffen müsste man, dass man für öffentlichen Nahverkehr bezahlen muss. Der sollte kostenlos sein.